Herzlich Willkommen zum Sales Drive Tipp, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dirk Zupanzes, ich bin Professor für Industriegütermarketing und Vertrieb und ein Verfechter der These, dass der Vertrieb der Wettbewerbsfaktor der Zukunft ist. In diesem Tipp geht es um das Thema Markt- und Kundensegmentierung und meine These lautet, versuche allen zu gefallen und du gefällst niemandem mehr. Was ist die Grundlage der Markt- und Kundensegmentierung? Nun, wir teilen einen Markt auf in Gruppen von Kunden, Marktsegmente, die innerhalb einer Gruppe möglichst homogene, gleiche Bedürfnisse haben und zu den anderen Gruppen möglichst heterogene, unterschiedliche Bedürfnisse haben. Das Ziel ist es also, Gruppen zu identifizieren, die in sich einheitlich bedient werden können. Und das macht man in der Regel mit einem strategischen Marketingansatz. Jetzt geht es aber darum, dass ich mich bewusst fokussiere auf diejenigen Marktsegmente, wo meine Leistungen und meine ganze Aufstellung des Unternehmens am besten passen. Dadurch sollte ich konsequenterweise auch versuchen, andere Marktsegmente, die durchaus attraktiv sein können, auf diese Marktsegmente zu verzichten, diese auszuschließen. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Nur wenn es mir gelingt, meine Kräfte zu fokussieren auf diejenigen Kunden mit dem größten Potenzial, die am besten zu mir passen, werde ich auch erfolgreich meine Kraft einsetzen können. Und das ist das Thema. Nach meiner Erfahrung versuchen die meisten Unternehmen zu stark, jedem gerecht zu werden und allen zu gefallen. Und dann spielt eben die These eine Rolle, versuche allen zu gefallen und du gefällst niemandem mehr so richtig. Mein Tipp, fokussieren Sie sich lieber auf diejenigen Marktsegmente, die für Sie attraktiv sind, weil sie für Sie stimmig und spannend sind und versuchen Sie dort die bestmögliche Leistung im Vergleich zu allen Wettbewerbern abzuliefern. Dann werden Sie durch diese Fokussierung Ihrer Kräfte auch entsprechende Erfolge haben. Verzicht ist der Schlüssel zum Erfolg. Viel Erfolg bei der Umsetzung, Ihr Dirk Zupanzis.